Bilder einfügen in Word. Mein Name ist Pirmin Lenherr. In Word werden Bilder nicht geöffnet wie eine Word-Datei, denn Word ist ja kein Bildprogramm, sondern die Bilder werden eingefügt. Dort wo der Cursor blinkt, dort kommen dann die Bilder rein, wie ein grosser Buchstabe. Also der Cursor blinkt hier, ich gehe zu Einfügen, Bilder, klicke auf das Bild, einfügen oder Doppelklick auf das Bild und hier erscheint das Bild. Das Bild ist wirklich wie ein grosser Buchstabe, das heisst, wenn ich den Cursor vor das Bild setze und noch etwas hinschreibe, dann wird diese grosse Buchstabe nach rechts verschoben. Wenn ich das Bild packe und zum Beispiel nach hinten trage, dann erscheint wiederum dieser Cursor und wenn ich loslasse, dann hüpft das Bild an diese Stelle. Man kann sich also vorstellen, als wäre das ein riesen Buchstabe. Ich mache das mal mit diesem Buchstaben hier. So. Und sobald diese grosse Buchstabe auf die neue Zeile käme, also wenn hier ein weiter Text steht, Achtung, jetzt, dann ist eben der Zeilenabstand so riesig, weil dieser Buchstabe so riesig ist. Genau dasselbe passiert auch mit dem Bild. Also wenn ich hier nun weiterschreibe, dann hüpft irgendwann das Bild auf die nächste Zeile und quetscht diese Zeilen so auseinander. Wenn ich ein Bild kleiner machen will, dann klicke ich auf das Bild, packe einen Ecknagel und fahre Richtung Mitte des Bildes oder in die andere Richtung. Achtung, grösser würde ich es eher nicht machen, die Bilder werden sehr pixelig, aber ich kann irgendeinen Ecknagel nehmen. Nehmen Sie keinen Seitennagel, denn das Bild würde verzerrt. Wenn das mal passiert, gehen Sie hier oben wieder zurück oder Ctrl-Z. Auch hier in der Mitte zupfen, das verzerrt das Bild ebenfalls, empfiehlt sich nicht. Achtung, wenn Sie diesen Ecknagel packen und genau nach unten fahren, dann steht das Bild plötzlich Kopf. Ich stelle das wieder zurück. Oder wenn Sie gerade der horizontalen Linie entlang nach links fahren, flutsch, ist das ganze Bild gespiegelt. Also das geht sehr schnell und manchmal will man das gar nicht und es passiert einfach so. Nun will ich ja gar nicht, dass das Bild wie ein grosser Buchstabe behandelt wird, sondern ich hätte gerne, dass der Text dem Bild entlang fliesst. Hier, wenn Sie das Bild angeklickt haben, erscheint so ein Regenbogen. Dann klicken Sie hier drauf und wählen Sie das nächste, es heisst hier Quadrat. Und jetzt flutscht der Text dem Bild entlang und wenn ich das Bild ganz nach links stelle, dann ist eben der Text rechts um das Bild herum oder wenn ich das Bild ganz rechts hinstelle, dann ist der Text links herum. Oder ich kann das auch mittig hinstellen, auf jeden Fall verdrängt das Bild den Text. Wenn Sie Bilder in einem Text verwenden, dann stellen Sie die Bilder zum Beispiel immer links oder immer rechts hin und ich würde auch die Bildgrösse immer etwa gleich machen. Jetzt steht hier unten noch einsam eine Zeile. Ich probiere mal mit dem Bild vergrössern, ob das besser wird. Ja, es hüpft immer wieder etwas nach unten. Also das ist unter Umständen auch schwierig und jetzt hätte ich gerne, dass das Bild zugeschnitten wird. Wenn ich einen Doppelklick auf das Bild mache oder wenn ich auf das Bild klicke, dann erscheint hier oben das Format und ein Werkzeug zum Zuschneiden. Hier, das Bild erhält solche schwarzen Balken. Ich nehme nun den linken schwarzen Balken und stelle den ein bisschen ins Bild hinein. Achten Sie sich, dass Sie nicht etwa diesen hohlen Nagel erwischen, sondern den Balken. Klicken Sie einmal daneben, dann ist der Teil links davon ausgeblendet und ich kann nun das Bild wieder nach links stellen und jetzt sieht das ganz gut aus. Jetzt hat es hier oben ja noch weitere Optionen. Hier steht eng, transparent, oben, unten. Das heisst, der Text wäre nur oben und nur unten hinter den Text. Ich probiere es mal. Ja, irgendwie nicht brauchbar. Oder das Bild soll vor den Text kommen, dann wird aber der Text zugepflastert. Also das hier, das Quadrat, macht irgendwie am meisten Sinn. Und das eng und transparent, das will ich noch zeigen. Ich habe in Photoshop das nächste Bild vorbereitet. Das ist der Tim. Hier ein JPEG-Bild. Ein JPEG-Bild hat keine Möglichkeit, etwas transparent darzustellen. Das heisst, hier ist der Hintergrund mit Weiss aufgefüllt. Und hier rechts habe ich den Hintergrund entfernt. Und diese Klötzchen hier, das bedeutet, das Bild ist hier durchsichtig. Also, das ist kein JPEG-Bild mehr, sondern ein Ping-Bild. Und ich füge nun dieses Ping-Bild in den Text ein. Ich klicke hier auf die nächste Zeile, Tim. Ich hole unter Einfügen das nächste Bild. Und zwar hole ich jetzt den Tim mit dem durchsichtigen Hintergrund und füge dieses Bild ein. Ich merke noch nichts von diesem durchsichtigen Hintergrund. Aber wenn ich jetzt sagen würde, das Bild sei vor dem Text, dann würde ich merken, dass wirklich links und rechts von Tim, wo das Bild durchsichtig ist, der Text darunter sichtbar ist. So will ich es eigentlich auch nicht, denn hinter Tim kann man den Text ja gar nicht lesen. Aber wenn ich jetzt hier ein transparentes Bild habe und sage eng, dann rutscht der Text ins Bild hinein, bis an die Stelle oder in die Nähe der Stelle, wo dann wirklich Bildmaterial vorhanden ist. Ich mache das noch ein bisschen kleiner und hier oben war vorhin noch das Tim zu lesen. Ich stelle den Tim noch ein bisschen nach links und es sieht tatsächlich noch locker aus, wenn der Text dem Bild entlang rutscht. Wie kann ich ein Bild transparent machen? Zum Beispiel in Photoshop, wie ich das vorhin zeigte, ich könnte hier den weissen Hintergrund entfernen mit dem magischen Radiergummi, in den weissen Hintergrund klicken und der Hintergrund ist entfernt. Oder gehen Sie online zu photopie.com, laden Sie das Bild hinein und entfernen Sie hier den Hintergrund. Speichern Sie das Bild als PNG bei Ihnen und der Hintergrund ist weg. Achtung! Sobald ein Bild kein Buchstabe mehr ist, dann erscheint mit dem Bild hier ein kleiner Anker. Was bedeutet dieser Anker? Das Bild hier ist jetzt hier oben am Anfang dieses Absatzes verankert. Das heisst, wenn ich hier unten eine Zeilenschaltung mache, dann bleibt das Bild stehen, weil es ja weiter oben verankert ist. Wenn ich aber diesen Anker hier packe und nach unten verschiebe, Sie sehen, der nächste Ankerpunkt ist hier beim Anfang dieses Absatzes. Wenn ich jetzt weiter oben noch etwas einfüge, dann rutscht das Bild mit nach unten, weil ja das Bild weiter unten verankert ist, als wo ich schreibe. Das war's.